Sie ist viel aufmerksamer und was wir festgestellt haben, dass sie wieder Bewegungen anbietet, die sie lange nicht gemacht hat. Und wir freuen uns darüber natürlich total. Pheline hat Cerebralparese und das heißt, dass sie Bewegungsabläufe verliert und die Therapie hilft ihr, dass sie weiterhin ihre Muskeln durchbewegt, Stabilität aufbauen kann. So I started next therapy in 2021. I started because I have a son who suffered severe brain damage when he was four months old and I couldn't find existing therapies that fit his needs. Early on I learned that the brain is very adaptable and there's neuroplasticity, but the principle of neuroplasticity requires intensity. And the intensity is in the thousands of movements, not hundreds. So we can see patients who have cerebral palsy or brain damage or stroke, multiple sclerosis, where they've been told that they cannot recover anymore. And with the use of these advanced robotics and technologies, we do see really meaningful recoveries. With the three patients that Group Mutual supported us, it was hours, it was four hours a day, five days a week for four weeks per patient. So the intensity was sufficient to see meaningful recovery is in a very short time. We feel uns hier sehr gut aufgehoben, weil wir wirklich liebevoll und aufmerksam betreut werden. Man merkt hier auch, dass die Leute spezialisiert sind auf Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen, muss man so zu sagen. Die wissen einfach genau, wie man Muskeln triggern kann, die auch tiefer liegen. Wir könnten das ohne die Unterstützung uns nicht leisten. Da möchte ich mich auch nochmal bedanken im Namen der ganzen Familie und von Felina auch.